Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mit etwas mehr Zeit zu sparen, als die Ferie heute Morgen, haben wir auch diese eine bekommen, weil Tante Hilly hier, auf eine Helle steckt wurde. Aber wir sind auf unserer zweiten Ferry. Es ist nur um 19.15 Uhr in der Morgen. Denn wir sind um 20.15 Uhr. Und wir haben noch vier Stunden zu fahren, heute, nach Tromsø. Es wird ein langer Tag sein. Aber hey, wir haben es geschafft. Let's get some coffee again. So we're changing front tires on Tante Hilly. We're changing them for the rear tires of the Faux Safari. Because Tante Hilly doesn't have that much traction uphill. And I guess we still have a bit to go. We thought it was best to change the tires. While we're enjoying the view out here. And as you can hear, the sound of the fjord, it's lovely. I'm sinking deeper into the snow. Because, see, that's how deep I'm standing here. I think it's time for coffee again. I'll go see who I can beg for some. So, see you guys. But now we are starting to live. No. Let's do it. Starting the lights. Graham, yeah. Let's do it. 浮 there already. He is still waiting for the direction. We want it. Ja, ja, noch bis hin bis hin.